Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, heute das Multi-Jahres-Video von vielen Coins Teil 1. Wir haben es Ihnen versprochen zum Jubiläum für 5000 Abonnenten. Wir sagen herzlichen Dank und möchten Ihnen an dieser Stelle natürlich auch vieles zurückgeben. Wir haben den Teil 1, es wird noch einen zweiten Teil geben. Der zweite Teil wird bestimmt durch Sie. Das heißt, einmal bitten wir Sie um ein Like und das zweite Mal bitten wir Sie um einen Kommentar, welchen Coin Sie gerne in dem nächsten Multi-Jahres-Video analysiert haben möchten. Bitte einfach unterhalb der Videobeschreibung in den Kommentaren einfach bitte Ihren Wunsch-Coin hinterlegen und dann können wir gemeinsam für das nächste Video einen Wunsch-Coin durch die Community, durch Sie erstellen. Unsere aktuelle Meinung, wir haben den einen oder anderen Coin bereits aus der RSFM Telegram-Gruppe mitgenommen. Ebenso Coins, die wir selbst in unserem HODL-Portfolio halten, inklusive Bitcoin und Ethereum. Wir zeigen Ihnen die komplette Analyse, wie immer alles nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, das langersehende Video ist nun endlich da. Passend zum neuen Chart. Wir haben ja die neuen Charts, wie Sie sehen, auch mit der Analyse. Wir haben die Charts nun aufgeräumter. Wir haben sie cleaner, sauberer mit Boxen, mit sauberen Zielzonen innerhalb der Boxen und, und, und. Das heißt, auch hier werden wir unsere Qualität immer wieder weiter steigern und nun auch so aktuell, wie Sie das bereits nun sehen. Deswegen an dieser Stelle starten wir direkt los. Erster Chart, Bitcoin. Wir gehen es der Reihe nach durch und starten mit Bitcoin. Wie sehen wir das Ganze? Multi-Jahres-Analyse. Das heißt, die nächsten Jahre, ein, zwei Jahre Bullrun. Wo sehen wir das Ganze? Wo könnte sich das Ganze ausspielen? Wo sehen wir unsere Zielboxen? Und man muss ganz klar sagen, wir starten nun hier mit Bitcoin, der in seiner aktuellen Zone zwischen 16.880 und 26.950 etwas steht. Diese ist er dabei am Verlassen. Natürlich kann diese auch noch etwas korrigieren. Aber sollte diese Zone nach oben verlassen werden, dann erwarten wir Zielzonen im Bereich der 90.300 bis 113.000 in diesem Aufwärts-Move. Das könnte dann der Bullrun sein. Ganz wichtig, wir haben absolute Mindestziele. Für solch eine Welle 3 ist das Optimalsiel des 16.18. Das heißt, das kann Sie natürlich weiter ausdehnen und an diesem Punkt hier entsprechend drehen. Wir haben diese Zielzonen aber gesetzt, da wir auf unserer eigenen Analyse natürlich auch handeln. Das heißt, wir ganz klar nehmen bei dem 1, 2, 3, 6er FIP-Level bereits gegebenenfalls die ersten Gewinne. Das schauen wir dann, wie sich der Markt hier entwickelt. Einfach für uns persönlich, weil wir an diesem Markt sind, um Gewinne mitzunehmen und nicht um den maximalen Gewinn jedes Top eines jeden Coins auszuspielen und auszuhalten und zu hoffen, dass das Top nun kommt. Deswegen unsere Arbeitsweise an dieser Stelle. Ganz klar, wir nehmen etwas früher die Gewinne und ja, schauen wir uns an, wie geht es dann weiter. Dann werden wir hier in einer Welle 4 nach unten kommen. So aktuell unsere Prognose. Und dann werden wir final nochmal in diesem massiven Bullrun die 141.000 anlaufen. Auch das ist ein absolutes Mindestziel. Das kann sich ausextendieren bis über 200.000. Wir sagen aber 141.000 bis 160.000 maximal Ende. Und wie bereits schon gesagt, für uns persönlich ist die 141.000, sollten wir dann quasi noch die restlichen 50% im Markt dort haben, hier final den Rest verkaufen. An der Unterkante befindet sich die Box bei 133.578, wie schon bereits gesagt. Das sind unsere persönlichen Analysen, unsere Meinung, no financial advice. Und ja, gehen wir direkt weiter. Ethereum, wie sieht es bei Ethereum aus? Auch hier haben wir einen schönen Chart aufbereitet. Hier sehen wir eben einen Uprun parallel zu Bitcoin, die 5.991 bis 7.572. Dann eine Korrektur und von dort geht es für uns noch weiter in die 9.507. Das auch wieder Mindestzielboxen, unsere persönliche Meinung. Ganz wichtig, wer uns bereits kennt, unseren Kanal verfolgt, wir sind keine Moonboys. Wir handeln an diesem Markt, weil wir profitabel Gewinne mitnehmen möchten und nicht, weil wir uns Vorstellungen, Moonboy und Wunschpreise im Kopf irgendwo zusammenreimen. Oder irgendjemand schreit irgendeinen Preis, 50 Dollar, 100 Dollar für XRP oder sonst irgendwas. Das ist nicht unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten so, um profitabel am Markt zu sein und um Mindestziele im Markt mitzunehmen. Profitabel seine Profite mitzunehmen. Von daher an dieser Stelle für Ethereum aktuelles Szenario. Schauen wir uns direkt weiter IMX an, auch ein Coin, wo wir selbst investiert sind. Und hier sieht es für IMX für uns wie folgt aus. Wir geben IMX im nächsten Move die 14, 15 Dollar bis 17,5 Dollar. Und von dort erwarten wir dann eine Korrektur in den Bereich der knapp 8 bis 10 Dollar. Und von dort noch einen finalen Push dann parallel zu Bitcoin zwischen 20 und 22 Dollar. Soviel zu IMX. Unser persönlicher Einschickskurs ist etwa 99 Cent, knapp 1 Dollar. Wir sind die ganze Rutsche hoch und runter gefahren, aber wir sind bereits jetzt Ende Juni steuerfrei. Das heißt für den nächsten Move für IMX, wenn wir hier in dieser Zone stehen, bei 17 können wir IMX komplett steuerfrei realisieren. Wir müssen dann nicht nur auf diesen Rücksetzer und nach oben warten, sagen in dieser Box bereits Danke und schauen, ob wir gegebenenfalls bei dem Rücksetzer vielleicht noch kurzfristig noch irgendwas anderes handeln. Nichtsdestotrotz, das ist aber unser Plan, deswegen setzen wir es auch aus. Natürlich schade, dass wir die 30 Cent nicht erwischt haben bei IMX. Nichtsdestotrotz, tolle Rendite an dieser Stelle. Gehen wir direkt weiter zu Matic Polygon. Wie sieht es für uns bei Matic aus? Auch hier ganz klares Ziel aktuell im nächsten Aufwärtsmove 4,68 Dollar. Wie schon gesagt, das sind für uns unsere Mindestziele, wo wir sagen, diese Ziele sollten auf jeden Fall angelaufen werden. Wir geben dem Markt dann auch die Möglichkeit, hier final einen Abverkauf zu sehen. Das heißt, dass wir hier in dieser Box ganz, ganz klar sagen, vielen Dank, diese Box mitnehmen, Gewinne realisieren und gut ist es. Als nächste Box haben wir hier auch die Zielzonen 2,88 bis 2,33 und dann sollte es weitergehen in den Bereich der 5,96 Dollar als Mindestziel. Wie gesagt, das kann sich dann natürlich auch weiter extendieren, ganz klar. Aber wie gesagt, das sind unsere aktuell persönlichen Mindestziele. Dann schauen wir uns GRT, The Craft Arm, das ist ja auch mit einer unserer großen Positionen in unserem Portfolio. Auch aus genanntem Grund, was wir Ihnen nun zeigen. Wenn wir erwarten, dass wir hier von aktuellem Kurs bei ca. 10 Cent komplett nach oben schießen in der Bewegung in die 3,33 Dollar Marke, sind das 3.000 Prozent. Wenn wir ganz durchziehen, wären das 3.900. Aber wie schon gesagt, wir nehmen gerne in der Welle 3 unsere Gewinne mit. Und das sind unsere Gewinne bei 3.086. Das bedeutet, dass wir dann 30x ab jetzt haben. Ja, und das ist auch das Bestreben. So sollte es sein, auch für einen Investor dann 30x mitzunehmen. Denn wie gesagt, deswegen sind wir hier aktuell am Markt. Unsere persönliche Meinung hier für GRT, The Craft. Dann schauen wir uns Caspar Cas an. Das ist ja ein Coin, den wir für uns dazugenommen haben. Hier haben wir einfach für uns eine weitere Zählung hinzugenommen. Weshalb? Zum einen ist der Coin neu. Jeder Coin läuft anders. Das muss man zum Verständnis auch mal verstehen. Jeder Coin läuft anders. Und wir geben Cas Caspar die Möglichkeit, so wie vielleicht anderen Coins, die es schon bereits erlebt haben, in seinem jetzigen ersten Frühlings-Bullrun, den er dann erleben wird, auch weiteren Move zu sehen. Das bedeutet, im aktuellen Step ist es ja so, dass Caspar noch entkoppelt ist vom Bitcoin. Das heißt, er läuft seine Party von allein. Das bedeutet, dass Cas aktuell unserer Meinung nach nun diesem Aufwärts-Move noch folgt. Dann sollte eine Korrektur folgen, in genau denselben Bereich, wo wir uns aktuell befinden. Das heißt, circa wird vermutlich dann die Korrektur von einem Cent auf 3,8 Cent droppen, wenn der Bitcoin dann von 48 auch droppt. Weil diesem Drop kann dann auch Cas nicht widerstehen. Und von dort sehen wir dann zum nächsten Bullrun, eben da Cas aber seine Bewegungen dann fortsetzt, einen Aufwärts-Move von 3 Cent bis circa 20 Cent in die Box. Nochmal einen Verfall auf circa 12,9 Cent. Und von dort geht es weiter auf 25 Cent für Cas. Wie gesagt, absolute Mindestziele. Die extendierten Ziele für Cas, für unserer Meinung nach, sind 30 bis 50 Cent im Bullrun. Ganz, ganz wichtig, wir sind bereits hier unten eingestiegen bei circa 0,014 oder 0,16 Cent irgendwo in diesem Bereich. Warum sind wir jetzt schon eingestiegen? Zum einen, weil wir die Haltefrist natürlich halten wollen. Und zum anderen sind wir deswegen eingestiegen, weil wir sagen, dass dieser Preis für Cas, sollten wir dem Count richtig liegen, aktuell perfekt ist für diese Phase, um wundervolle Profite mitzunehmen. Wie gesagt, das sind unsere persönlichen Analyse- und Zielzonen, wo wir auch selbst die Gewinne planen. Und wie gesagt, das sind Mindestziele. Natürlich kann das sich weiter durchextendieren. Ja, das heißt beispielsweise, sollte diese Bewegung bis hier nach oben durchextendieren. Ja, ist auch klar, dass sich dann diese Box natürlich auch weiter verschiebt. Sie sehen schon, dann kommen wir über die 30. Ja, aber ganz, ganz wichtig, das ist jetzt ein Szenario auf aktuell bestehenden Daten. Und auf aktuell bestehenden Daten haben wir uns unsere Möglichkeit und Profitabilität ausgerechnet. Das heißt, wenn wir uns nach aktuellem Kurs bewegen und uns hier in diesem Bereich bewegen, sind das 874% für uns. Wie gesagt, das ist aktuell Kass unsere größte Position im Markt. Wir halten über eine Million Anteile, gehören dazu zu den Mini-Sharks. Und deswegen auch hier, Kass bleibt für uns im nächsten Move ein ganz klarer Coin von absolut Top-Performance. Wie gesagt, 800% unserer Meinung nach in einer gewissen Stabilität. Eingestiegen sind wir bei ca. 16 Cent. Das heißt, wir haben dann ca. Profite bei ca. 1400%. Das ist für uns absolut passend. Für uns Kass ein absoluter Top-Performer. Und wenn er unserem Account folgt, dann muss man ganz klar sagen, sind 25 Cent ganz, ganz tolle Profite, die wir für Kass nehmen werden. Sagen herzlichen Dank. Einen kleinen Tipp an alle, verleben Sie sich niemals in ein Projekt, denn alles, was nach oben kommt, kommt auch eines Tages nach unten. Soviel zu Kass, Kass bei unserer Meinung, unserer Analyse, unsere Verkaufs- und Einstiegsboxen bereits jetzt definiert. Sollten Sie ebenso so eine Analyse interessant finden, können Sie jederzeit auch Rand zoomen. Die Videos sollten so hoch qualitativ sein, dass dies passt. Dann gehen wir direkt weiter zu QNT Quant. Auch hier haben wir eine Analyse vorbereitet. Wie gesagt, absolute Mindestziele. Es ist natürlich so, der sogenannte Blue Sky-Effekt tritt dann ein, wenn ein Coin ganz, ganz wichtig überhalb seinem letzten Hoch steht. Und dann ist es natürlich so, entscheide die Kaufkraft und dann psychologische Marken. Und wie gesagt, wer das genau wissen möchte, finden Sie unterhalb der Videobeschreibung auch unseren RSFM Crypto Trading Kurs. Dort erklären wir, wo dann die nächsten Zonen sind, wo so ein Kurs entsprechend halten kann, wie weit auch so ein Coin durchextendieren kann. Und ja, wenn Sie mehr Informationen auch zu Einstiegen, wir berechnen immer wieder auch kleine Einstiegsboxen haben möchte, unterhalb der Videobeschreibung finden Sie unsere exklusive Telegram-Gruppe und unseren BitGet-Link. Dort traden wir und berechnen sowohl Trading als auch Spot-Einkaufspositionen an dieser Stelle. Von Montag bis Freitag gibt es hier täglich Videos, die es hier auf YouTube nicht zu sehen gibt. QNT, aktueller Stand, ob er sich jetzt nochmal ein neues Low abholt, ob ihm die 100 Dollar ausreichen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Wir berechnen auf aktuellem Stand, auf aktueller Basis. Dort sagen wir, gibt es die Möglichkeit der 581 für QNT. Dann korrigieren wir etwa auf die 374 bis 311. Und von dort sollten wir dann nach oben ziehen, auf knapp die 1000 Dollar Marke sollten wir auf jeden Fall sehen. Inwieweit, wie gesagt, das Ganze durchextendiert. extendiert. Ja, und ob wir hier, wie bei CAS beispielsweise, dann noch eine weitere Aufwärtsbewegung sehen und dann in Richtung der 2000er Marke kommen. Das bleibt aktuell abzuwarten. QNT ist es absolut zuzutrauen, aktuell muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist das unsere aktuelle Analyse für das absolute Mindestziel. Sobald wir natürlich hier in diesem Bereich stehen, werden wir selbstverständlich auch ein Video rausbringen, wo wir unsere persönliche Meinung noch mal dazu mitgeben, ob wir hier nun auch weiterziehen, wie beispielsweise bei CAS. CASP, ob wir das ähnlich sehen oder ob wir sagen, das ist unser Szenario zum aktuellen Preis. QNT, diesem Fall abgeschlossen, gehen wir direkt weiter zu XRP. Wie sieht es hier aus? XRP könnte, ganz, ganz wichtig, könnte nun im nächsten Move sein absolutes Hoch erreichen. Das bedeutet, wir möchten es Ihnen zeigen und es bedeutet auch hier für uns der Blue Sky-Effekt sollte eintreten. Weshalb, wieso, wie sehen wir das Ganze? Es wird vermutlich dann extrem krasse News geben. Viele sagen dann, das ist der neue Coin, Ripple to the Moon. Aber ganz wichtig, vergessen Sie niemals, was hochkommt, kommt auch runter. Aber wir haben hier eine Trendline. Diese Trendline endet, je nachdem, wie der Kurs hier jetzt ranläuft. Zum Anfang des Jahres würden wir sagen. Wenn er diesen hier nimmt, diese Trendline, ganz, ganz wichtig, die von hier oben kommt, dann ist es aus Chart-technischer Sicht der absolute Bärenbruch. Er kann natürlich auch noch mal runter, so wie wir mal ein Video gemacht haben, auf 20 Cent, noch mal hochkommen, wie auch immer. Für Ripple ist es dann der absolute Bruch des absoluten Bären-Trends. Damals hat er es hier nicht geschafft. Er hatte auch keinen Chart-Pattern, um weiter nach oben durchzuziehen. Dieses Mal hat er es. Aber das heißt, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, es ist ein Double-Top-Pattern. Und wenn wir das Ziel-Target uns ausmalen, ist das Ganze bei 3,82 Dollar. Und hier aus Fibonacci-Level-Sicht haben wir 3,35 Dollar in diesem Move. Wir haben dann eine Korrektur zu erwarten auf circa 1,96 bis 2,39 Dollar. Und von dort könnten wir dann durchziehen auf circa 4,39 Dollar bis 5 Dollar. Und jetzt kommt das, was eben auch wieder den Markt extrem interessant macht. Schauen Sie damals, wir zoomen jetzt nun mal hier etwas rein in Ripple. Und dann wird das sehr, sehr schnell klar. Als damals das Hoch hier rausgenommen würde, an dieser Stelle, da wusste keiner, wie weit kann den Ripple hier noch steigen. Ja, sehen Sie das? Es gab diese Werte nicht und es gab auch in der Vergangenheit hier keine Werte. Deshalb heißt das Ganze Blue-Sky-Effekt. Und als, ja, wie gesagt, als Indikator gibt es hier einige. Aber Sie sehen, wie der Markt dann komplett explodiert ist. diese Explosion, wenn wir diese nun auf Ripple transportieren. Und das möchten wir jetzt gerne mal gemeinsam tun an dieser Stelle. Wenn wir sagen, dieser Blue-Sky-Effekt nach Erreichen des Zieltargets, wo könnte der Coin hingehen, wenn wir sagen, wir haben nun diese Aufwärtsbewegung sehen, diese absoluten Blue-Sky-Effekt, der nun dann entsprechend anfängt, wenn wir quasi diese 3,35 Dollar circa nehmen und dann sehen wir die Marke von circa 6,50 Dollar. Das ist unsere maximale, absolute Meinung aktuell zu Ripple. Wie gesagt, viele Ripple-Fans, ja, 20 Dollar, 100 Dollar, 1000 Dollar. Sie können noch so laut schreien, wie sie wollen. Wir arbeiten hier auf Wahrscheinlichkeiten, Analyse und an diesem Markt bestmöglich Gewinne zu realisieren und nicht uns Vorstellungen, Fantasiepreise zu machen, die eines Tages ohnehin nie eintreten. Unsere Meinung hierzu, unsere Analyse zu XRP Ripple, wie gesagt, aktuell sieht es für uns wie folgt aus und ja, werden wir diesen Weg gehen, sind wir unserer Meinung nach sehr zufrieden. Sollte Ripple nun die 20 Cent abholen, werden wir XRP Ripple ebenso akkumulieren, ausgenannten Grund und unsere Verkaufszone ist dann 4,89 Dollar. Im Best Case, wie gesagt, das wird sich dann plus und minus verschieben, da unsere Boxen ohnehin minimal erst Zielboxen sind und Verkaufsboxen, muss man ohnehin sagen, werden die Kürze vermutlich etwas überextendieren, dann verschieben sich die Boxen nach oben und wenn Ripple dann etwa auf 20 Cent runter korrigiert, haben wir jetzt nicht diese absolute Ausweichung nach oben. Deswegen an dieser Stelle würde für uns die Zielboxen sich hier erstmal nicht verschieben und das weiter ein Anhaltspunkt für uns bleiben. Dann gehen wir direkt weiter zu IOTA, ähnliches Spiel, Sie sehen es, selber Chart, ist auch noch ein Coin, der gehört zur älteren Garde. Bei IOTA haben wir allerdings den Trendbruch bereits früher, den könnten wir bereits zum Jahresende sehen. Das ist auch der Grund, weshalb wir IOTA nun akkumuliert haben, denn wir gehen davon aus, dass IOTA die Möglichkeit hat, durch diesen Trendbruch genau das selbige Szenario hier abzuarbeiten. Wir wären dann bei den 4,22 Dollar, hätten dann die Möglichkeit bei ca. 2,65 Dollar bis 2,18 Dollar und bei 5,29 Dollar würden wir dann spätestens Danke sagen, wobei unser Ziel hier bereits im 4-Dollar-Bereich liegt. Das ist unsere aktuelle Meinung und wie gesagt, müssen wir dann schauen, ob es sich hier, wie schon gesagt, hier ausspielt. Das wäre dann zum Beispiel der Februar 25 oder ob es doch nächstes Jahr ist. Zeitangaben sind immer sehr schwer, aber hier mal zu IOTA, MIOTA, an dieser Stelle unsere Meinung. und auch IOTA wird die Möglichkeit haben, wieder durchzuziehen. Dann schauen wir uns Filecoin an. Filecoin hat eine Besonderheit, auch darauf möchten wir kurz eingehen. Filecoin hat eine Besonderheit, denn Filecoin sollte die 50-Dollar-Mark überschreiten. Ohne das Überschreiten der Dollar-Mark, hier muss man ganz klar sagen, bei 50 Dollar halten wir Filecoin erstmal weiterhin für bärisch. Fallen die 50 Dollar, das ist ein ähnliches Szenario beispielsweise wie bei Ripple, dann haben wir die Möglichkeit, hier ein ganz, ganz tolles Aufwärts-Movement zu sehen, auf 202 und das ist noch nicht fertig berechnet. Dann könnte an dieser Stelle Filecoin viele, viele Freude bereiten. Ganz, ganz wichtig, wir werden aber trotzdem Teilgewinne, dann nehmen, je nachdem, wo die anderen Coins zu dieser Zeit stehen, werden den Markt parallel beobachten, aber dafür sieht es mal aktuell aus zu Filecoin. Wir finden Filecoin extrem interessant und wir gehen davon aus, dass Filecoin im nächsten Move auch massiv ansteigen wird. Wie gesagt, wir finden das Projekt extrem interessant und an dieser Stelle müssen wir sagen, Filecoin bleibt weiterhin in unserem HODL-Portfolio. Das war nun die Gesamtanalyse Teil 1. Wir würden uns freuen über den Daumen Ihrerseits und ja, haben Sie einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, danke sehr.